Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wissen Sie, wann Sie wieder da sind? Ja, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Entschuldigung. Netter Versuch. Ich helfe gern. Halten Sie die Klappe! Wollten Sie mich zur Doktor... Ich sagte, halten Sie die Klappe! Ich bin krank und ich will wissen, wieso. Ich will den besten Arzt in diesem Krankenhaus sprechen, und zwar jetzt! Sonst fange ich an, Leute umzubringen. Was haben wir für ein Problem? Ziehen Sie die Jadusik zu. Schon gut. Sie! Ziehen Sie das Sofa vor die Tür. Sie da! Sie schieben den Tisch vor die andere Tür. Los! Okay, okay. Keine Panik, Mann. Nun nehmen Sie schon die Knarre weg. Wir tun ja, was Sie verlangen. Nein, tun wir nicht. Haus! Was Sie da verbarrikadieren, ist die Toilette, die vielleicht noch gebraucht wird. Besonders, da Sie so clever waren, lauter Kranke als Geiseln zu nehmen. Tun Sie's! Meine Patientenakte. Ich will, dass Sie sie lesen. Denken Sie wirklich, dass wenn Sie hier Hundstage nachspielen, ist das der beste Weg zu einer Diagnose? Sie haben wahrscheinlich stundenlang auf einem unbequemen Stuhl gewartet, aber Sie sollten den Film bis zum Ende ansehen. Ich war bei 16 Ärzten in den letzten zwei Jahren. Ich bekam drei Ganzkörper-CTs, zwei MRTs, sieben Blutbilder und eine homöopathische Beratung. Und das Einzige, was noch fehlte, war die Androhung von Gewalt. Was noch fehlt, ist die Klarheit. Ich kriege kaum Luft, bin ständig müde und habe Hautausschläge. Dazu kommen noch das Herzklopfen und die Schlafstörungen. Eine coole Konstellation von Symptomen könnte was Harmloses sein, zumindest verglichen mit lebenslanger Haft, was Ihnen offenbar lieber ist als 16 weitere Spezialisten. Seien Sie still und tun Sie Ihren Job. Schneller, schneller! Da ist einer mit der Pistole gewischt! Beeilung, groß, groß! Was ist da noch was passiert? Bleiben Sie auf keinen Fall drauf! Und Sie haben das Gelände! Sie haben die Unterlagen kaum angesehen? Nicht nötig. Symptome, ja, aber nur die Dinge, über die Sie gejammert haben. Befunde negativ, sonst wären Sie nicht hier. Krankengeschichte, als Kind introvertiert, waren viel für sich allein, sammelten Comicbücher und vermissten Kinder. Entschuldigen Sie, aber meiner Frau hier ist echt übel. Bringen Sie nächstes Mal eine Knarre mit, dann gucke ich mir das an. Ich schaff's schon. Wenn Sie mich fragen, ist das Offenhalten eines Kommunikationskanals der beste Weg zur Konfliktlösung? Was sind das für Atemprobleme? Kurzatmigkeit. Und ein stechender Schmerz, wenn ich einatme. Sie glauben, Ihre Frau hat Sie verlassen, weil Sie kurzatmig sind, ja? Ich persönlich kidnappe Menschen nur, wenn ich ein ernstes Gesundheitsproblem habe. Und da Sie nicht halbtot sind, bedeutet die Waffe, dass Sie für Ihren Zustand was anderes verantwortlich machen. Ich war niemals verheiratet. Oh. Haben Sie mal Feuer? Wieso? Weil ich hier auf keinen Fall so lange rumstehe, während Sie versuchen, für ein paar Geiseln einen Atemtrainer zu kriegen. Vielleicht ist ein Herrn Kaddi schreitig. Lassen Sie das. Kaddi ist Nichtraucherin. Er raucht. Nein, tue ich nicht. Nein, Sie putzen nur Ihre Zähne mit Kaffeesatz. Hören Sie, Sir, ich habe noch nie im Leben geraucht. Idiot. Hey! Denken Sie, da wäre noch ein Zweiter, der eine Waffe in der Tasche hat? Entschuldigen Sie, ich habe ein Feuerzeug. Nehmen Sie es raus. Halten Sie es so weit weg, wie Sie können und versuchen Sie, die Flamme auszublasen. Reduziertes Lungenvolumen, Palpitationen, Fatigue, Bauchschmerzen, intermittierende Ausschläge, könnte alles sein. Nimmt man das letzte Symptom noch dazu, kannst du eine Sklerodermie mit Lungenbeteiligung sein. Das letzte Symptom, das waren alles meine Symptome. Ich meinte, dass 16 Ärzte es übersehen haben. Mit einem Alkylanz ist der Fall gelöst. Wir sehen uns am Besuchstag. Tatort? Haus, was ist los da drin? Es ist doch niemand verletzt. Wir leben noch. Hoffentlich lüge ich nicht. So wie es aussieht, ist der Typ nicht übel. Ich brauche hier Propofol zum Nachweis einer Sklerodermie mit Lungenbefall. Danach können wir alle nach Hause. Propofol? Ganz sicher? Ein Wachmann soll es reinbringen. Keine Wachleute. Keine Cops. Ähm, ich werde es holen. Keiner verlässt den Raum. Sie ist kein Cop. Dr. Kadi bringt das Mittel her. Allein. Sie könnte bewaffnet sein. Wenn sie oben ohne kommt, könnten sie es kontrollieren. Wer ist da? Oh Gott, Haus. Vielleicht warten wir besser auf die... Wie oft mit den noch fetteren Kanonen? Die wissen auf jeden Fall, wie man mit... ...sonst erschieße ich sie. Krampeln Sie den Ärmel hoch. Geben Sie das erstmal jemand anderem. Sie sind der Einzige, der es nötig hat. Erst bekommt es jemand anderes. Wenn es funktioniert, können Sie mir die zweite Dosis spritzen. Suchen Sie sich irgendwen aus. Egal wen. Hätten Sie in Ihrem brillanten Plan einen Raum voller Geisel mit einkalkuliert, die nicht durch Schwangerschaft oder eine bakterielle Pilzinfektion ein zugeschwächtes Immunsystem haben, um die metabolische Belastung zu verkraften, beziehungsweise Schmerzmittelpatienten, bei denen es zur Interaktion kommen kann... Ich habe gehört, was er zu ihr gesagt hat. Jetzt kommen Sie, Mann. Lassen Sie es nicht an uns aus. Wenn Sie ein Problem mit Ärzten haben, dann... ...dann nehmen Sie sich die zur Brust. Spritzen Sie es ihr. Sie ist krank. Und Sie haben doch nur Angst vor Spritzen. Ziehen Sie das Hemd aus. Zufrieden? Ja. Krempeln Sie den Ärmel hoch. Wofür halten Sie mich, hä? Für einen Idioten? Ich dachte, bei einem Dicken würde es länger dauern. Sie werden mich nicht erschießen. Denn Sie brauchen mich noch. Oh, Vorsicht! Was soll das? Sie hat doch nichts verbrochen. Sie haben recht. Sie sind für mich noch wichtig. Doch keiner legt mich hier aufs Kreuz. Scheiße! Kriegt es mich auf. Alles wird gut. Alles wird gut. Ist für Sie. Bis zum nächsten Mal.